Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX Analyse für nun Mittwoch, den 23.10.2024 und da das gestern so schön mit den Knochenbildchen gepasst hat, probieren wir das da heute gleich nochmal, denn gestern hat es uns um DAX zu offenbar geholfen, hier Antrieb zu finden. Wir haben uns über verschiedene Sachen unterhalten, zum einen über dieses Abflachen zum hinten raus, was unserem DAX-Ouschuss nochmal die Chance geben sollte, vielleicht oben in die 600 reinzusteigen, hatten gesagt, das ist dann der wichtige Punkt, wo er sich entscheiden muss, ob er eben dort durchsteigt oder sich eben von abstößt, um wieder runter zu drehen, hatten dann auch darüber gesprochen, dass die 400 hier jetzt im Sinne der SKS noch eine Idee ist, aber eben wenn ein Sieger gebrochen wird und nach unten durchlaufen wird, dann auch relativ leicht und schnell zur 300 durchgeben kann. Wer sich die gestrige Analyse vielleicht nochmal genauer anhört oder ich nehme es jetzt einfach mal, wir haben gesagt, wenn er unten von der 400 sich aber stabilisiert und bis zum Abend sich dann über eine 530 erholt bekommt, könnte er nochmal einen Bogen über die 600 schlagen und hier eine SKS bauen. Da gab es auch einige Fragen im Chat nochmal, ich weiß nicht, ob diejenigen die Analyse nicht geschaut haben, aber ich hatte es auch gezeigt, was mit SKS gemeint war, weil der Anfang hier halt passend ist, ja, also das wäre dann unsere Schulter, das wäre der Nacken, das wäre der Kopf, das ist jetzt der zweite Nacken, worüber sich die Nackenlinie ziehen lässt, dann würde man hier jetzt eine rechte Schulter bekommen, wir würden auf den Nacken zurücksetzen, den Nackenlinie durchbrechen, SKS ziehen, abarbeiten und weiterlaufen. Das wäre SKS-Bewegung. Ja, also die ist noch nicht fertig und das ist jetzt eigentlich der Knackpunkt, denn es gibt überhaupt keine Pflicht, dass der DAX das jetzt machen muss. Ja, also das auch nicht falsch verstehen, ja, das heißt jetzt nicht, nur weil jetzt hier eine Nackenlinie sich irgendwie anbietet und der DAX jetzt sozusagen zwei Hochs das Potenzial dazu hätte, eine zu machen, kann auch einfach weiter durchfallen und das ist so ein bisschen das, was ich gestern gesagt hatte, dass ich da unten nicht alles Short weggeben würde wollen bei 400, wenn man hier auch irgendwo was aufgeladen hat, weil das eben, wie gesagt, auch nicht kommen muss. Also, wenn er das jetzt hier einfach nur als Flak interpretiert zum Beispiel und er setzt jetzt hier zum Mittwoch einfach drunter und löst die aus, der kann sich ohne Probleme nochmal so einen Schub, wie wir hier von der 600 Runde auf die 400 gesehen, oder sogar unter die 400 ja gesehen haben, der kann sich locker hier nochmal lossetzen und dann ist der Schnurrschlachs bei 372. Ja, also, nein, nicht, dass man es falsch verstehen. Die Option ist aber da, weil unser DAX sowas ja gerne macht, ne, gibt einfach so Formationen, die sieht man öfter im DAX, öfter auch als andere und vor allem diese klappen dann häufiger eben auch besser. Ja, du kannst ja letztendlich alles zeichnen und dann gibt es aber viele Sachen, die lösen halt hinten raus dann eben doch nicht so gut aus oder viele Sachen, wo man immer wieder denkt, ah, das wird's jetzt, das wird's jetzt, das wird's jetzt, nein, doch nicht. Und hinterher sitzt du dann da und sagst, ah, das hätte aber super gepasst, das ist ja nicht zielführend, ja, das wollen wir auch nicht machen, sondern uns mit den Sachen beschäftigen, die gut klappen und Doppelböden sind eben typische Muster im DAX, die ihr gerne anspielt und zum Doppelboden gehört halt eine SKS-Formation immer auch mit dazu. Ja, weil wenn der Doppelboden dann bricht, dann ist in der Regel fast eine SKS im DAX dann immer im Spiel. Ja, und das wäre jetzt hier die Chance, Doppelbodenbilder, die wird er jetzt versuchen anzuspielen oder könnte versuchen anzuspielen, das heißt, wenn er jetzt weiter in die Erholung reingeht, auch über 480 drüber steigt, hätte er nochmal das Potenzial, sich in die 600 bis ein bisschen Puffer, ne, 600, 630, sich hochzuschieben, müsste dann von dort wieder eindrehen und dann die Nackenlinie unten durchschlagen. Ja, das wäre so der SKS-Ablauf, aber wie gesagt, sehen wir den schwach reinkommen und der Sturz sich hier unter die 400, lasst ihm den Platz, vergesst das mit der SKS, ja, also verrammelt euch da jetzt nicht so, ne. Das war einfach nur, was kann passieren, ne, wir besprechen ja immer im DAX verschiedene Szenarien und gucken dann einfach, okay, in welchem bewegt es sich denn von denen, die wir besprochen haben und versuchen, das dann einfach abzuhandeln, diese Abfolge, dieses wenn, dann, 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 dann. Ja, und für meinen Geschmack, ähm, ist das ein bisschen zu tief vom Schlussgewicht, hat die Erholung zu lahm, ja. Ja, haben wir auch im letzten Premium-Update geschrieben, das ist mir zu träge einfach, das ist, kann, natürlich, ist hier auch träge rausgekommen, ne, kann trotzdem in der SKS reinführen, aber ich würde ihm unterhalb, wenn er Schwächereien bringt, unterhalb von 14, 20, 400, da, drunter, würde ich ihm weiteren Raum unten geben. Und wie gesagt, das nächste ist dann eben die 300, 270 erst, und wenn die nicht hält, reden wir über 1,50. 2,20 und 1,50. Ja, und dann, dann schubt die, rup, sieht es dann auf Tagesebene schon wieder gar nicht mehr so hübsch aus. Ja, und deswegen, da, ruhig versuchen, mit am Ball zu bleiben, gibt ja immer viele, die schimpfen mir, Martin, der ist zu bullig, zu bullig. Ähm, das sind aber diejenigen, die meistens in solchen Analysen auch ganz zuhören, ja, oder das nicht raushören, weil wir schon, wenn der Markt nach unten raus die Signale bietet, das auch ansprechen. Aber man muss auch darauf achten halt, ne, man muss das auch raushören wollen. Wer das nicht hören will jetzt, weil jetzt zu stur auf eine SKS oder Long ist, oder dass da noch irgendwas rausgeht, der hört sowas nicht. Und deswegen versucht er neutral zu sein und euch für beide Seiten im DAX auch zu öffnen. Wie gesagt, hier haben wir jetzt schon gestern, aus dem gestrigen Handel, durch den Bruch der 600, ein Signal nach unten gekriegt. Jetzt hat er das wieder bestätigt, hat er die 400 aufgeliefert. Also jetzt klappert schon langsam die ersten Sachen. Das heißt nicht, dass wir jetzt ignorieren dürfen, wenn Signale nach oben kommen. Also wenn der oberhalb von 480, 500 hier rumturnt, lasse ich ihm erstmal den Raum in die 600, da setze ich keinen Short an, ja. Aber gucken wir dann sehr genau an, wie er hier oben runterdreht und hau dem hier oben vielleicht nochmal einen auf die Mütze. Oder wenn er eben frontal hier nach unten durchplattert, dass man dann versucht, unten raus nochmal was mitzunehmen, ja. Gift wäre unten antäuschend am Morgen, 400, 420 reißen und dann direkt nach oben kontern und vielleicht gleich nach 10, nach 11, schon ein neues Tageshoch setzen. Also das wäre, no go, das wäre nicht Bärenstil, das wäre dann eher eine Bärenfalle und dann steht er am Abend bei der 600 oben. Also wenn ihr sowas seht, dass ihr unten so ein bärisches Signal setzt und er verweigert das, können auch direkt gleich den Trade weggrillen und vielleicht noch nach oben orientieren, das macht er dann so. Ja, also da muss man jetzt gut aufpassen, spielt er die Szenarien, wie nimmt er das an, setzt er das jetzt um, weil die Technik, das technische Know-how, das haben alle, auch die Analysten von den Großen, die die Großen Jungs beraten und deswegen da sehr, sehr genau hingucken. Aber ich denke mal fast, wenn er das jetzt hier unten reißt, dass er dann eben nochmal so eine Welle wegtritt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es würde auch super reinpassen ins Ziel. Einzige ist eben noch die Idee mit SGS, weil sowas sieht man im DAX einfach häufig, aber dafür müsste er halt noch einen Bogen über den Mittwoch schlagen. Dafür müsste er eigentlich früh diese Bärenfalle bringen, kurz unter die 400, 420 anstechen, dann hoch in die 600 und dann vom Donnerstag hier nochmal wegklappen. Das wäre dann fast DAX-typischer Ablauf halt. Gut, ich denke, damit haben wir den Bereich gut abgeschickt, können wir mal einen Tagesschat reingucken, aber hier haben wir auch eine zweite rote Tagesschatze reingekriegt, das heißt, das gibt auf jeden Fall auch Raum nach unten. Wir haben ein Abdrehen, Abverkaufte hoch, das passt natürlich in Umkehr auch immer ganz gut. 2-3 Mal abverkauft, das hoch. Du musst jetzt hier nicht den großen Short ausrufen, aber momentan, Stand jetzt unterhalb von 600, ist tatsächlich jetzt erstmal das Fenster ein bisschen nach unten aufgedreht. Sollte sich jetzt hier erholen, über 480, 520, erstmal ein bisschen Piano machen, gucken, wie er mit der 600 umgeht. Geht er nämlich nachher drüber über die 600, kannst du direkt wieder einen Break reinmachen, dann sagt es, okay, verschoben, gucken wir uns das nächste hoch, an, ja, dann macht er wieder ein neues hoch, ja, da muss man dann eben auch einen Short zwangsweise drinnen setzen, dann kann man sich die paar Punkte klemmen, ja, guckt man sich dann oben an, wie geht er mit der nächsten Station um, wie geht er dann mit einer 1700 um, wenn er dann von dort wieder anfängt, einsetzt, dann kann man das nochmal probieren. Aber man muss sich hier nicht verkämpfen, oder für irgendwas verbeißen, das funktioniert dann nicht, ne, so man versuchen mit den Signalen zu gehen, und, ja, macht was raus. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen, tschüss.